Hallo und willkommen bei Conny Canarias und Spanisch mit Conny. So, heute machen wir mal wieder eine Wiederholung der Zahlen. Fangen wir an. Drei, tres, tres. Fünf, cinco, cinco. Eins, uno, uno. Vier, cuatro, cuatro. Sechs, sechs, sechs. Acht, ocho, ocho. Zehn, diez, diez. Sieben, siete, siete. Zwölf, doze, doze. Elf, onze, onze. Vierzehn, katorze, katorze. Dreizehn, treze, treze. Fünfzehn, kince, kince. Sechzehn, dieziseis. Dieziseis. Siebzehn, diezisiete. Diezisiete. Achtzehn, dieziocho. Dieziocho. Neunzehn, diezinueve. Diezinueve. Zwanzig, veinte. Veinte. So, das langt zum Wiederholen. Ich bedanke mich. Muchas gracias. Hasta mañana. Trezehn, diezio. Nichts